Der Herr Vorschläger, Rutschläger, Rang, da kommt der Ball ins Land, 2, 3, 4, los, Vorschläger, Rutschläger, Rang. Die können es dann schon mal hin, das haben wir einfach ordentlich stehen, und dann werden die Summe. Und zwar sind sie ja drei Hohle ab, das ist okay, oder? Und da sind drei Hohle aus, und da haben die gemeinsames Glatsche. Dann komme ich an den ersten Teil, die Vorschule geht zuschwingen, 3,5 Jahre, kommen Sie mehr an, ja? Das Lied, das kommt aus Österreich, da hat er also Sägewerksbesitzer gegeben, die hat er neuesten Schuhe ausgeschaut. Ja, aber, Sie können sich mal vorstellen, der Röp, der amerikanische Röp, die waren in Österreich, und wir haben das dann gesehen, da haben Sie gar keine Kuhle. Und dabei heißt es nur 3,5 Jahre. Okay, und nach dem 3,5 Gatschen, der wir weitergatschen, dann ist es zum Ende, danke mit dem Vorschule. Okay, auf geht's! Das ist ein Moment was, der wir in zwei Jahren wir in drei Jahren noch nicht weitergeteilt, denn wir haben das gegessen, das wir in die Hafen, denn wir haben das�ard ganz, ganz gut im ganzen Emmett vertreiben, wie geht's mit dem Vorschule nicht? Komm, 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 komm! du machst, du machst, du machst. Wir haben das im Baden-Den-Den-Den-Den, Musik 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 3, 2, 1 3, 2, 1